Der sieht echt heftig aus. Nochmal mit dem Finger bearbeiten und Jo Freunde, was geht ab? Schaut mal, wie weiß alles ist. Bald ist Silvester, um euch schon mal darauf vorzubereiten, gibt es heute ein schönes Böller-Video. Wir werden heute versuchen, diesen kleinen Tresor in die Luft zu jagen. Dafür wird so ein Dummbumm Polenböller verwendet. Der sieht echt heftig aus. Doch bevor der Tresor in die Luft gesprengt wird, machen wir erstmal einen Test mit so einem 4er-Pack Coca-Cola-Dosen. So, hier kommt ein Loch rein. Nochmal mit dem Finger bearbeiten und jetzt kann der Polenböller schön da reingesteckt werden. Okay, zünden wir das Paket an. Nein, halt, stopp! Kurze Anmerkung. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich verlose eine PS4 Pro mit FIFA 18. Verlosung geht bis zum 10. Dezember, 9 Uhr und alle Abonnenten nehmen automatisch daran teil. Außerdem gehen liebe Grüße raus und zwar an... Aus Played Bad Wars, Ingrid Delnev, Boshaft GmbH, Kaskar Salami und Maxi. Wenn ihr noch ein Böller-Video sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da, Freunde. Bei 18.000 Likes wird nächste Woche noch eins erscheinen. Jetzt zünden wir das Paket aber wirklich an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, schaut euch mal den Krater an und die Dosen hat der Polenböller zerberstet. Das war geil. Machen wir nun noch einen Test mit so einem Riesenkaktus. Mal schauen, wie er gleich aussehen wird. Da seht ihr die Spinne Maya übrigens. Und da sieht man die Zündschnur. Na ja, es hat ihn aufgerissen, aber ich habe mir mehr davon erhofft. Der Tresor ist nun an der Reihe. Da liegt auch schon der Böller drin. Tür zu machen. Abschließen. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Heftig, da liegen ein paar Stückchen, da liegt der Tresor, es hat ihn zerrissen und die Rückwand ist weggeflogen, das sah richtig geil aus. Okay Freunde, das war's mit dem Video, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt, hier könnt ihr euch noch mehr Videos anschauen, ich hab euch lieb, euer Johnny, Hand!